Ich weiß gar nicht, ob ich bis zum Mukri zurückkomme, ohne dass wir da was neu gespawnt. Aber ich hätte ganz gerne noch eine weitere Kubo-Münze. Hei, hei, hei. Und, darf ich bis zum Mukri? Sieht so aus. Sehr schön. Dann kann ich auch gleich meine Fokusleiste wieder aufladen. Sehr schön. Okay. Dann rennen wir mal weiter. Mal sehen, wie viele von den Herzlosen sich mir noch in den Weg stellen. Gut. Es geht auf jeden Fall. Hier jetzt weiter hoch. Sieht so aus, als wäre da... Äh... Na. Ich kann doch da draufstehen. Oh, was kann ich hier machen? Staffelbeeren sammeln, okay. Ah, hier muss ich in den Wand hochklettern. Oh, Sora kann das aufladen. Ja, kein Problem. Schlucht. Neues Gebiet. Das ist so aus, als wäre da draufstehen. Dum, 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 dum. Gors! Schau, wie hoch du bist! Du hast es, du hast es, du hast es. Du hast es, du hast es. Fallt ihr runter? Äh... Ist das... ...der Ort, wo ich vorhin war? Ich glaub's eigentlich. Ah! Du warst zum Zerstören auf diese Weise. Frau Reifwald. Entscheidung im Schnee. Ach, ich muss diese Minispiele endlich mal spielen. Ich glaub, ich sollte mal demnächst ein Part dafür bringen, dass es diese Minispiele spielen. Ja, ich hab's auch schon gefunden. So. Das ist der Ort, wo wir gerade gegen die Herzlosen gekämpft haben. Genau. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal wieder hoch. Moment mal. Irgendwie sieht's so aus, als käme mein Mann hier noch höher. Ich glaub, das sieht nicht nur so aus. Die Frage ist, bringt das irgendwas? Irgendwas. Hm. Hm. Na, sieht nicht so aus. Schade. Wut. Dann geh mal weiter nach oben. Hier vielleicht oben was? Nee. Auf den Baum komm ich nicht drauf. Oh. Hey, hold up! Why are you here? Where did you come from? Hi. I'm Sora. And I... I'm from... I'm from... Let's just say... someplace... a little warmer. Huh? I'm Donald. And I'm Goofy. Are you visiting Arendelle? For the coronation? Huh? Uh... Uh... Um... Um... Uh... Uh... You got us. So, what's your name? Elsa. Queen Elsa of Arendelle. You shouldn't be out here. Please go back to the village. Why? Your Majesty, you look like you could use a friend. Don't you want to talk? Please leave. I need to be alone. I don't want to hurt anyone. Oh. Is it that bad? You must have been through a lot. We know what that's like. Don't we? Sure, adventuring's fun. But it definitely has its ups and downs. When the going gets tough, us friends have to stick together. Exactly. Although, Donald, you do lose your temper a lot, so I can relate to wanting some alone time. What? I don't do that. Enough! Elsa! Elsa, did you? The Heartless! Scheiße! Keine Angst, wir haben ihn! Geh auf! äh, 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 ja, ja, du, du großer, äh, du, ich hab grad keine Lust auf dich, weißt du? na, verdammt, weiß auch echt nicht ähm, mhm, mhm, mhm guck mal, du bist alleine, super äh, du auch jetzt du und du äh, und du ja, ich geh mal ein bisschen weg hier wollt doch bestimmt nicht genervt werden ok, jetzt nehmen Magie alle jejejejeje ah, fucking hell ok, Illusion sterb du bist dran so dih, 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 dih dih, 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 dih und dh, dit 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 dh, 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 dh wow äh,helwine hittet mich das war ja eigentlich zu erwarten warum geh ich nicht davon aus, dass er das tut Ich brauche dringend einen Trotzkopf Ohne Witz Okay Also Feuer ist hier richtig nützlich für diesen Gegnern So Aha Okay Das sind irgendwie immer noch sehr viele Okay Großer Kann ich dich mal irgendwie anvisieren? Ja Wenn das Volker ist was für dich So Was ist hier ein Stab? Ja komm Hm So lange Oh 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 Here we go Ok. Finale. Das wird hoffentlich in der Rüstung durchtrich... äh, bringen. Durchtrinken. Tut es nicht, ok. Ok, turns. Das ist alles. Oh, komm schon! Ich war noch in der Raketenanik... dammit. Ok. Ok, Plasma Naut. Aktivieren. Schön viel Schaden machen. Ok. Ok, ich kann da wieder was holen. Magie Karussell. Ok. Ja. Ok, ich habe jetzt... Rüstung. Oh. So. Ok. Frisst das. Ich hoffe, das macht viel Schaden an dir. Ok, es hat viel Schaden an dir gemacht. Ja, wäre echt sehr schön. Damit sollte ich die totkriegen. Ok. Ok. Ok, ich will nicht. Ok. 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 Thank you for your help. Look out! That's amazing. You can control ice. Control it? No, all I ever do is hurt people. It's okay, those were just the Heartless. You said that word before. What are they? Monsters that are after people's hearts. Wherever they go, there's trouble. They're after people's hearts? Yes, they're dangerous. You should head home before it gets any worse. This is my home now, I can't go back. I don't want to hurt anyone. What? Arendelle is safer with me staying up here. Not safer for you! Please, go away! Elsa. Oh, don't worry, she'll be okay. Seems like she's pretty strong. Get to the little girl. She wants to be alone. Yeah, I hear you. But I just wanted to know why she was so sad. And how is it any of your business? Read the room, kiddo. Yes! Who are you? That's the organization code. You knew? Excuse me? Oh yeah, you forgot. The name's Larxene. This time remember. And we'll take care of Elsa. So don't you worry. Do you... Well, she seems to think she knows us. So maybe we should play along. Not unless her name's Tara. Excuse me, I'm right here. Oh. Why are you after Elsa? No one's gonna hurt her. But we're not about to put up with your meddling. Stay here and behave yourselves. Wait, the ice! It's going to wall us in! Ice is so not my style. L'Arxene! Hmm... Anybody see a way out? No, not me. Well, we can't stay in here. Elsa's in real trouble now. Yeah. Larxene promised not to hurt her, but... I trust those guys as far as I can throw them. They gotta be up to no border. Clearly. Stop looking! Yeah, we'll freeze if we don't find a way out. ... aka she's Ooing Bye ya'll. Let's do it well. Wekz. Wekzw. Wekz. Wekzow... im Auge. Ich denke, in die Organisationen, die neue Organisationen könnten noch reinpassen. Aqua ähm anziehenderweise und Demix. Ich bin gespannt, ob ich damit richtig liege. So. Also Demix ist bei mir eigentlich noch der geringste Fall, weil der halt schon von vornherein nicht so sonderlich das so kampffreudig war, aber auf der anderen Seite ist es einer der wenigen von der Organisation, bei dem wir noch nicht die echte Person gesehen haben. Und wenn das mit dem ähm dass die echten Personen praktisch dann jetzt zu Organisationsmitgliedern gemacht werden, richtig ist, dann wäre das halt ne Option, weswegen das eben noch nicht der Fall ist. Natürlich besteht auch die äh Möglichkeit, dass es welche von damals sind, aber eigentlich müssten die dann schon super alt sein, glaube ich. Also von von Backcover-Kick. Die müssten dann auch glaube ich schon super alt sein, weswegen eigentlich nicht das was sein wird. So. Okay, frisst halt das. Aber Loxin war auf jeden Fall einer meiner Hoffnungsge- äh also meine Hoffnungskarakterer in der Organisation. Ich mag sie einfach. Definitiv einer meiner Lieblingscharaktere. Okay. Bringt mir das irgendwas? Keine Ahnung. Geht nicht so aus. Okay. Ich hab keine Karte für das Eis-Labyrinth. Können wir eigentlich nur an diesen Kristallen vielleicht so ein bisschen orientieren, falls es wirklich ein Labyrinth ist und nicht einfach nur ein gerader Weg. Scheint auf jeden Fall ziemlich solide zu sein. Hm. Hm. Hm.